Hit it! That's what I'm talking about. Wait! Okay, now. From the beginning. Hit it, boys. Also, heute haben sie eine Vogelbueh-Aufstellung. So. Dann schauen wir mal. Was heute wieder lernen, die Buben. Hervor. Was soll denn das? Du bist doch der Trauer. Ich? Ich bin der Kleinste. So zieht doch ein anderer. Spielst du war das eine Rakete? Hast du den Schuss gesehen? Das ist ein Wahnsinn. Der Foul, der gefällt mir überhaupt nicht da hinten. War das Beste? 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 Boi. Was war das Pfeife. Ah Mist ey, schon wieder! Das gibt's gar nicht. Gott sei Dank haben wir gute Ärzte im Team. Das ist meine Nerven. Ich kann gar nicht TV schauen. Also wenn das so weiter geht, dann schaut dir ein Fernseher aus. Schießen! 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 Ah! Schaple das! Immer das Klavier und die Dribblerei! Zum David schießt. Schieß mit dem Ball hier. Feste! Super! David, vorsichtig! Zieh die Farbe an! Ball kommt! Ja! 3 4 4 5 5 P18 Rück 6 Der Weg 6 Marco, kämpfen, kämpfen über den Kampf zum Spiel finden, Junge. Ich weiß Bescheid. Andreas, komm her, wechsel. Sehr gut, Junge, sehr gut. Sogar einmal abgespielt. Super gemacht. Mensch, Gedi, ich hab doch nur einen Trick gemacht. Ich sag einmal, du schießt denn der, der Boy hier? Jetzt möchte er mal einen Übersteiger singen. Auf geht's, los, so ist der Trick. Ich sag mal, du schießt, du schießt, du schießt, du schießt, du schießt. Jawohl, jawohl, Tor, Tor, Klasse. Hast du das gezählt? Hast du das gezählt? 13. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich hab's dir gesagt. Ich hab's dir gesagt. Ich hab's dir gesagt. Ich hab's dir gesagt. Die gewinnen das. Ja? Jetzt brauchen wir bloß noch einen Fury. Gut gemacht, Männer.